Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Chekos Backstube. Ihr seht es hier schon, heute gibt es bei uns Donuts. Und zwar keine normalen frittierten Donuts, sondern gebackene Donuts. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. Zuerst stellen wir mal den Teig her. Und zwar brauchen wir hierzu etwas Zucker, dann noch etwas Butter. Das verkneten wir, beziehungsweise verrühren das schon mal gut. Einfach 3-4 Minuten schön aufschlagen lassen, damit sich alles gut vermengt. Das schaut dann erstmal so aus. Die Butter schmiert sich hier an den Rand, dann könnt ihr das so lassen. Schabt das mal weg und gebt schon mal die Eier hinein. Das hier ist Ei Nummer 1 und Ei Nummer 2. Einfach hineingeben, dann noch etwas Mehl obendrauf. Noch etwas Milch, die darf ebenfalls nicht fehlen. Etwas Backpulver und alles schön verrühren lassen. Das wird hier eigentlich ein ganz normaler Rührkuchenteig. Schaut ungefähr so aus. Ihr seht es hier selber. Da kann man jetzt einen Kuchen, Muffins oder irgendwas anderes draus machen. Ich mache hier die Donutsform voll. Frittierte Donuts waren mir heute irgendwie zu aufwendig. Das mit dem heißen Fett macht man ja doch nicht so oft. Von dem her wollte ich das Ganze jetzt mal backen. Ich gebe daher den Teig jetzt in die Donutsform. Schön gleichmäßig aufteilen. Das sind hier 6 relativ große Donuts. Die Form fülle ich hier mal ungefähr halb auf. Denn das Ganze geht ja nachher noch auf. So schaut das jetzt auf jeden Fall mal aus. Und wenn der Teig schön aufgeteilt ist, geht das Ganze auch schon in den Backofen. Und zwar bei 180 Grad. Ober- und Unterhitze für so circa 14 bis 15 Minuten. Man kann richtig schön zuschauen, wie die Donuts beim Backen aufgehen. Danach entnehmen wir sie wieder und lasst sie auskühlen. Ich stelle sie also mal ab. Warte bis sie kalt sind. Und dann stürzen wir sie mal aus der Form raus. Das kann ich euch gleich sagen. Hakt etwas. Ihr seht es ja hier. Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ihr müsst also richtig feste Klopfen, die Form etwas hin und her bewegen. Und dann kommen die ganzen Donuts nach und nach erst raus. Also hier müsst ihr ruhig eine Minute Geduld reinstecken. Aber es hat funktioniert. Keiner ging zu Bruch. Und sie schauen schon mal echt schön aus. Wenn hier der Teig etwas drüber gelaufen ist, nehme ich noch den Apfelausstecher bzw. ein Kerngehäuseausstecher und steche mir das Loch wieder frei. Und dann habe ich hier sechs wunderschöne Donuts. Die brauchen natürlich noch eine Glasur. Hierzu nehme ich mal etwas weiße Schokolade. Ich schmelze die mal hier über dem Wasserbad. Einfach mal draufstellen und eine Viertelstunde stehen lassen. Ab und zu mal umrühren und dann sollte das passen. Für die anderen Donuts mache ich einen Zuckerguss. Also einfach Wasser und Puderzucker. Immer schön verrühren, bis er schön dickflüssig ist. Da geht einiges am Puderzucker drauf. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Also hier nicht rumgeizen. Immer wieder nachgeben und verrühren. Der wird dann langsam immer dickflüssiger. In der Regel ist es bei mir so, damit ich ihn eher zu dünnflüssig mache. Also etwas mehr Puderzucker schadet eigentlich nicht. Wenn der Zuckerguss dann fertig ist, habe ich hier noch etwas Farbpulver. Das gebe ich mal oben drauf. Rühre das dann mit ein und dann gibt das so ein schönes Lila. Farben sind ja immer sehr verrufen. Ich habe hier so eine Biofarbe von Alnatura genommen. Von der Farbwirkung her. Für Zuckerguss ist die super. Backen kann man die nicht mehr. Da löst sie sich auf, stand auf der Packung. War auch so, habe ich schon probiert. Aber für solche Sachen zum Glasieren echt gut. Und die anderen Farben bin ich immer nicht so der Freund von. Ihr habt ja mein Video mit dem Fondant vielleicht gesehen, wo drauf steht, damit die Farbe die Aufmerksamkeit der Kinder beeinflussen kann. Und sowas brauche ich dann nicht. Von dem her bin ich hier auf Biofarbe umgestiegen. Die Donuts gebe ich jetzt hier auf jeden Fall mal rein. Einfach schön eintunken. Ihr seht schön, wie lila das dann ist. Die gebe ich dann wieder auf den Auskühlrost. Da kann das jetzt langsam runter tropfen. Ist nicht weiter schlimm. Einen machen wir noch. Den restlichen Zuckerguss mit dem Löffel oben drauf verteilen. Dann habe ich hier noch ein paar so bunte Zuckerstreusel. Die gebe ich ebenfalls mal oben auf den Donut drauf. Und danach mache ich mich an die Schokoladendonuts. Prinzipiell ist hier das gleiche Verfahren. Wenn die Schokolade geschmolzen ist, tunkt ihr einfach den Donut ein. Ungefähr bis zur Hälfte. Und das macht ihr nach und nach mit allen Donuts durch. Ihr seht, das funktioniert auch hier wunderbar. Beim zweiten funktioniert das auch noch wunderbar. Und wenn beim dritten Donut die Schokolade etwas knapp wird, müsst ihr das einfach wieder mit dem Löffel drüber geben und verstreichen. Schokolade fließt hier natürlich nicht ganz so gut wie der Zuckerguss. Also leicht nachhelfen beim Verstreichen. Oben drauf habe ich hier noch ein paar gestiftete Mandeln. Ihr könnt aber auch Smarties drauf geben oder gehackte Mandeln, was auch ihr mir möchtet. Ich fand, das mit den Mandeln hat sich hier auf jeden Fall ganz gut gemacht. Die ganzen Donuts gebe ich dann mal in den Kühlschrank umgefähr eine Stunde. Dann kann der Guss schön fest werden und wir können die danach auch schön essen. Wer sie nicht im Kühlschrank möchte, muss etwas länger warten. Auf jeden Fall, finde ich, sind sie echt schön geworden. Ist ein super Ergebnis. Ich kann euch gleich schon mal sagen, sie schmecken auch echt klasse. Also wenn ihr mal irgendwie was Besonderes machen wollt, wo auch die Kinder Freude dran haben, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ist jetzt nicht so super kompliziert. Auch das mit dem Glasieren geht relativ einfach. Man hat hier was schönes Lilanes für die Kinder mit dabei. Die haben sich da riesig gefreut. Und die Schokolade war dann natürlich für mich. Hier habt ihr das Ganze nochmal in der Nahaufnahme. Man sieht hier schön die Streusel und den Zuckerguss. Und natürlich auch die Schokolade und die Nüsse hält alles pumpenfest. Da fällt nichts runter. Sie sind schön gleichmäßig rund. Sie haben ein Loch in der Mitte. Recht viel mehr kann man nicht erwarten. Anschneiden tun wir natürlich auch gleich mal einen. Ich habe hier zuerst mal den Lilanen. Dann nehme ich hier mal ein Messer und schneide mal schön rein. So schaut er in der Mitte aus. Ungefähr so wie ein Kuchen. Aber das war ja auch zu erwarten. Dann nehme ich mir mal hier ein Viertel und probiere das Ganze. Und ich muss sagen, der schmeckt wirklich super. Auf jeden Fall nachmachen. Ihr macht nichts falsch. Mit einem weißen mache ich das natürlich auch gleich mal. Wieder mit dem Messer schön anschneiden. Schön aufsägen, damit die Schokolade nicht bricht. Hat super funktioniert. Da schneide ich mir ebenfalls mein Viertel weg. Ist natürlich nur für die Kamera. Sobald die aus war, habe ich dann den ganzen Donut gegessen. Schmeckt ebenfalls fantastisch. Könnt ihr auch nachmachen. Ich hoffe auf jeden Fall, mir hat euch das Video gefallen. Und ihr habt mal gesehen, wie man Donuts noch so machen kann, wenn man die nicht frittieren will. Das mit dem Frittieren mache ich bei mir nur meistens einmal im Jahr. Dann muss das wieder reichen. Wenn man zwischendrin allerdings mal Donuts machen möchte, bietet sich das Rezept hier auf jeden Fall an. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen. Lasst mir gerne ein Abo oder einen Daumen da. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Und dann bis zum nächsten Mal.